Nach dem Unfall des Sorg-BMW und des Conrad Lambo müssen zumindest mal keine Leitplanken repariert werden. Sprich dafür, dass die beiden aneinander geraten sind. Weil an der Stelle, wenn du da abfliegst, dann gehen die Leitplanken auch im Normalfall richtig kaputt. Und was macht der denn da? Oh, 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 Adam Christodon.